Herzlich Willkommen im Friedrichsbau Varieté. Wir bitten Sie, nicht zu filmen, nicht zu fotografieren und Ihre Handys auszuschalten. Und nun wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Untertitelung. BR 2018 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 Das sah hier alles früher ganz anders aus. Was sind das alles für große Gebäude? Okay. Der Boden ist auch ein anderer wie damals. Der ist eklig. Erde war besser. Das ist alles so komisch. Es sind keine Kutschen mehr unterwegs. Sehen auch alle etwas komisch hier aus. Cool. Da sehe ich mich ja. Sieht gut aus. Was ist denn das eigentlich? Ich komme nicht durch. Schieben lässt sich auch nicht. Ich kann durchschauen und ich kann mich selber sehen. Ich kann durchschauen und mich selber sehen. Was ist denn das? War die Luft damals auch so komisch? Also die Luft hat sich verändert. Es war früher, hat alles viel frischer gerochen hier. Und das war wieder eine langweilige Party gestern. Findest du? Ah, immer dieselbe Leute. Ah. Immer dieselbe Gespräche. Das war doch super. Ja, findest du? Ja, mir hat es richtig gut gefallen. Also ich war wirklich begeistert. Meine ganzen Nerdfreunde waren da. Oh je. Also die ganzen Nummern, die ich von den ganzen Mädels da noch abgecheckt habe. Ich habe mindestens die Hälfte davon, von denen die da waren. Hoffentlich fliegt dann doch. Ah ja. Die moderne Technik, die macht es möglich. Ist ja gar kein Problem. Kein Thema. Mit mindestens der Hälfte davon werde ich mal ausgehen. Ja, toll. Na ja, so muss es sein. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, ne? Genau. Was hast du denn da? Ach so. Das ist mein neuer Blindenstock. Den habe ich mal bei Amazon bestellt. Ein Fehler, den ich nie wieder machen werde. Ganz ehrlich. Also bei Amazon sollte man sich keine Hilfsmittel bestellen. Ich habe einfach gedacht, für die Party nimmst du dir noch einen. Kannst du dir da nicht ohne Stock hingehen. Und na ja. Aber bei Amazon bestellt man auch nichts. Ja, ich habe einfach gedacht, okay. Weil für die Krankenkasse, das hätte jetzt zu lange gedauert, da ein Rezept hinzuschicken. Und mir da einen Stock vor meinem Hilfsmittelzentrum zu holen, das wäre zu langwierig gewesen. Da habe ich mir gedacht, okay. Bestellt halt darüber was. Sag mal. Was ist das? Ja, ich wollte es gerade sagen. Boah. Was für ein Gestank. Richtig moffelig. Riecht ihr das auch? Boah. Also ich glaube eher, das bist du, mein Freund. Hä? Ich? Ja, du. Sorry, aber. Warum? Puh. Wieso sollte ich riechen? Na ja. Vielleicht hast du dir nicht Wäsche. Ja, und zwar schon sehr lange nicht. Also der letzte Regen war vor drei Tagen erst. Man wäscht sich doch nicht mit Regen, Mann. Oh, das ist ja widerlich. Mit was wäscht ihr euch? Ja, Wasser. Mit Wasser, mit Seife und Shampoo. Regen ist auch Wasser. Aber dreckiges Wasser. Egal. Wie auch immer. Wo kommst du denn her? Gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Wenn ich wüsste, wo ich rauskomme, könnte ich wieder zu meinem Berg nach hinten. Du bist in Stuttgart. Oh. Ja, und vor Stuttgart ist dieser große Berg. Welcher Berg? So ein ganz, so ein ganz, hast du noch nie gesehen. So ein ganz großer, ich habe ihn damals Ararat genannt, getauft. Ich weiß nicht. Ach du Schande. Ob ihr den kennt? Der Name sagt mir was. Nee, der sagt uns nichts. Der Name sagt mir zwar was, aber... Nö. Also jetzt aus dem Stehgreifen, nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Was ist das hier? Was wird das? Was machst du da? Hey, 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 nicht dran ziehen. Nicht ziehen. Was dann? Nein, aus. Nicht dran ziehen. Das ist, das ist mein Blindenstock. Was ist mein Stock? Mein Blindenstock. Ich bin blind. Wie? Ich bin blind, ich sehe dich nicht. Gar nicht. Nein, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Nein, aber ich merke, dass du mit deiner Hand vor meinem Gesicht rumfuchtelst, aus welchen Grund auch immer. Das merke ich. Ich wusste nicht, ob du mich gerade hier anlügst. Nein, warum soll ich dich anlügen? Du siehst mich an, du guckst mich an. Ja, das habe ich gelernt. Ich drehe meinen Kopf einfach in die Richtung, wo deine Stimme herkommt. Das ist ja ein, ich sehe dich nicht wirklich, aber ich erwecke den Anschein, als würde ich dich anschauen. Cool. Ja. Und dann kannst du mit diesen? Ja, genau. Mit dem kann ich laufen. Also im Prinzip laufe ich damit, ich pendel damit so. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf diesen Stuhl zulaufe. Ja. Dann sagt mir der Stock, dass da der Stuhl ist. Sonst würde ich da so einfach drauflaufen. Aber der Stock warnt mich da quasi davor, damit ich mich nicht verletze. Und wenn ich mal irgendwo allein unterwegs bin, dann nehme ich den. Aber wenn ich mal mit meinem Kumpel unterwegs bin, wo ich mich nicht auskenne, da hilft er mir dann. Genau. Schön. Ja, genau. Was machen wir jetzt mit dem hier? Wie wäre es? Ich wollte mir eigentlich jetzt gucken, was hier alles... Die Stadt, wir zeigen dir die Stadt. Komm, gehen wir mal. Genau, wir zeigen dir die Stadt. Genau. Ich glaube, ihr könnt sie mir zeigen. Ja, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Wir zeigen dir mal die Stadt. Dann zeigst du mir mal, was dir so abgeht. Was hat sich denn hier alles so verändert über die Jahre? Da hat sich viel verändert. Kommt drauf an, wann du das letzte Mal hier warst. Boah, das ist schon sehr lange her. Das war auf jeden Fall so lange, da gab es das, was die Frau am Ohr hat nicht. Was ist das? Ah, ein Handy. Ein Handy hat sie wohl, ne? Was? Was ist ein Handy? Sie telefoniert. Das ist ein Kommunikationsmittel. Genau, richtig. Also ein Handy oder Smartphone. Was ist Kommunikation? Ja, das wird sie dir sicher gar nicht demonstrieren, wenn man sie hört. Oh je. Wenn sie spricht, oder? Hört man sie? Nein. Ah. Aber man... Hi. Hallo. Aber man kann sie riechen. Hi. Hallo. Was heißt hier? Hi. Sei doch nicht so. Hi, sie. Tja, ich bin die Klara. Ähm... Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, sie sind... Haben sie Fieber? Nee, bis jetzt noch nicht. Aber sie sieht so heiß aus. Aber ich habe Fieber, wenn ich dich sehe. Naja, egal. Wie heißen sie eigentlich? Das interessiert sie gar nichts. Oh. Okay. Sade. Aber sie können mich kennenlernen. Was? Hallo. Dich? Ja, mich. Äh, nein, nein, nein. Ich weiß sie nicht. Nein, danke. Ich habe kein Interesse. Oh nein. Schade. Noch nicht. Ich zermürbe dich schon noch, Baby. Hey, ist das normal so, die Konversation zwischen Mann und Frau? Ja, das ist ganz normal. In dem Fall war es so, dass sie sich für meinen Kumpel interessiert hat. Aber ihn nicht für sie. Und wiederum habe ich mich für sie interessiert, aber sie sich nicht für mich. Ja, die Geschmäcker sind halt unterschiedlich, ne? Ja. Genau, so funktioniert das meistens, zwischen Mann und Frau. Das ist grundsätzlich ein Missverständnis. Ah, okay. Ja. Ja, jetzt zeigen wir einfach mal weitergehen. Sehr gerne. Mann und Frau, da werden wir ewig nicht mit fertig. Da zeigen wir dir besser die Stadt. Ist das ein großes Thema oder was? Das sind alles neue Wohnblöcke, wie du da siehst. Ja. Was sind Wohnblöcke? Ja, da wohnen nicht Leute drin oder es ist ein Büro drin. Was ist ein Büro? Große Häuser. Da arbeiten Leute im Büro. An einer Maschine oder an einem Computer. Okay, ein Computer ist ja nichts anderes als eine Maschine. Computer? Da wird geschrieben, da wird gelesen. Das kann ein Computer. Lesen. Schreiben. Wenn du es richtig anstellst, ja, ein Computer kann lesen. Doch, das geht. Aber, ja, wie auch immer. Jedenfalls, das sind große Gebäude, da wird gearbeitet, da wird drin gewohnt, da sind Hotels, da sind Einkaufszentren. Hier gibt es alles Mögliche, was du willst. Und auch das, was du nicht willst. Hier gibt es alles. Hier gibt es alles. Ja. Ja, und was ist denn in den anderen Straßen jetzt da hinten noch? Ach, du meinst... Ah. Also, ich weiß ja nicht, was da alles so ist, da hinten noch ist. Ja, gehen wir doch einfach mal hin? Ja, sehr gerne. Okay. Auf geht's, meine Freunde. Wieso habt ihr eigentlich hier in der Stadt so viele Löcher? Ach, das... Du meinst sicher diese Baugrube. Er meint wahrscheinlich die Baugrube, oder? Ja, ich schau nicht. Ja. Da hinten ist dieses Riesenloch. Also, ich weiß nicht, was das... Stuttgart 21, ein Milliardengrab. Ich dachte, ich bin in Stuttgart. Das Loch, in dem unser schönes Geld verschwindet. Nein, nein, also, es geht darum, das ist im Prinzip... Ein neues Wohnviertel wird da aus dem Boden gestammt. Da war früher ein Bahnhof. Und da werden Teile davon abgerissen. Was ist ein Bahnhof? Ein Bahnhof, da fahren Züge ein. Da fahren... Es ist ja was übrig, wenn ihr von Geld schwätzt. Ja, Moment, Augenblick, Augenblick. Ähm, ganz kurz. Mit schön. Moment, ist normalerweise nicht meine Art, aber wofür verwenden Sie das? Ich habe Hunger. Also, ich verlasse mich darauf, dass Sie das nicht versaufen. Sie ist auch nicht. Okay, okay. Okay, einen guten Appetit. Danke. Ich bin ja gleich doch nicht da. Ja, alles gut, wir wollten es nur wissen. Alles gut. Was habt ihr ihr gerade gegeben? Geld. Geld. Damit sie sich was kaufen können zum Essen. Geld ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Sie geht mit diesen Münzen zur Bäckerei und dann kauft sie sich dort etwas. Dafür bekommt sie eine Brezel oder was sie auch sonst möchte. Und wo bekomme ich das Geld her? Das Geld bekommst du normalerweise von der Bank. Da musst du ein Konto haben. Aber um dieses Geld zu verdienen... Was ist ein Konto? Ein Konto, das ist quasi ein Platz, da kannst du dein Geld... Oh Gott, da muss man ja ganz von vorne anschauen. Und wo bekomme ich das Geld jetzt her? Das Geld bekommst du, indem du arbeitest. Ich arbeite den ganzen Tag oben in der Höhe, aber ich bekomme dafür kein Geld. Genau, dafür bekommst du kein Geld, weil euer System offensichtlich anders funktioniert als unseres. Was ist ein System? Wenn du in einem dieser... Eine Art. Wenn du in einem dieser Gebäude da arbeiten würdest, dann würdest du von deinem vorgesetzten Geld bekommen. Wie, von wem? Von deinem vorgesetzten. Von dem, der mehr zu sagen hat als du. Warum hat jemand mehr zu sagen als ich? Er sagt, Mr. Ararat, machen Sie dies und das und dann bekommen Sie das Geld dafür, monatlich. Dann können Sie sich Brezle kaufen. Genau. Einen ganzen Haufen. Ist gut. Genau. Okay. Ja. Richtig. Wo muss ich da hin? Na mal. Oh Mann, da muss man ja wirklich echt ganz von vorne anfangen. Oh Mann. Aber weißt du, das zwischen Arm und Reicht, das ist ein richtiger Kulturschock. Ja, echt wahr. Ja. Habe ich richtig gehört? Kulturschock? Ja. Wer sind Sie denn? Ich komme von der Kultur. Ah ja. Und ich kann Ihnen jetzt beispielsweise mal demonstrieren, wie das klingt. Ja. Ja. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, da sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müssen. Die Luft ging durch die Wälder, die Ehren wogten sacht. Es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöte sie nach Haus. Bravo. Bravo. Okay. Das habe ich auch mal lernen müssen in der Schule. Aber die Sprache habe ich verstanden. Um Gottes Willen. Eine Sprache, die ich endlich mal verstanden habe. Um Gottes Willen. Also, naja. Also, was ihr hier mir die ganze Zeit sagt, das habe ich einfach nicht verstanden. Also, so spricht heute niemand. Ja, nee. So spricht heute eigentlich keiner mehr. Das ist so die Sprache von vor 200 Jahren, würde ich sagen. Ja, kommt hin. Aber also, nur damit du Bescheid weißt, weil du dich ja hier umschaust in unserer Zeit. Wie spricht man dann in eurer Zeit? Ja. Hau raus. Also, ich kann ja mal so versuchen, wie würde man das denn heute ausdrücken? Vielleicht so. Ja, also, es geht ja in dem Gedicht um, die Erde hat den Mond und die Sonne wach geküsst. Doch irgendwas hat sie da vermisst. Wahrscheinlich hat sie vorher bei Tinder nicht rechts gewischt. Und irgendwie ist sie der Geist dann entwischt. Sie weiß nicht mehr genau, wieso sie bis hier aufgetischt bekommen hat. Doch die Erde dachte sich nur, what? Wer ist denn da? Wer kommt da als nächstes auf mich zu? Das ist wahrscheinlich der Mensch und dieser Mensch lässt mir keine Ruhe. Er gräbt mich um und um und um. Er von hier bis Ulmer. So muss es sein. Er ist ein riesengroßes Loch in dieser Stadt, direkt in der Mitte. Ich komm von Hamburg hier runter und versuch meine Schritte von den Gleisen da rüber zu gehen. Und denke mir noch, wow, ich muss hier fast einen Kilometer gehen, um weiter zu kommen. Denn dieses Loch steht mir im Weg. Zehn Jahre hat euch das schon gekostet. Oh nee. Das ist vielleicht nicht so schlimm, doch irgendwie hat die Natur uns hier nicht so wirklich, wirklich verdient. Oder will nicht das, was wir hier tun. Denn irgendwie seh ich, die Natur gibt uns ohne Ruhen. Und es kommen die Stürme und es wird immer heißer. 42 Grad im Winter. Was für Scheiß, Mann. Irgendwo auf dieser Welt ist irgendwie alles nicht mehr ganz so, wie es früher war. Oh ja. Tja. Ja, so könnte man das vielleicht so ein bisschen umschreiben. Okay. Das ist nur ein Versuch. Aktuelle Musik. Guter Mann, ich bin begeistert. So macht man das. Aber was hat er jetzt gerade gesagt? Ich habe nichts verstanden. Ja, das kommt nur. Das nennt man Rap. Das ist ein Sprechgesang. Oh Gott. Was? Das dauert noch lange, bis du dich in unserer Zeit zurecht findest. Das ist ein Rap. Das ist ein Sprechgesang. Er hat uns etwas erzählt. Er hat den Text auf moderne Weise, wie würdet ihr sagen, rezitiert. Ja. Und ja. Das war einfach die moderne Art und Weise von diesem seltsamen Gedicht. die mir persönlich viel besser gefallen hat. Ah. Oh, hi. Ja, aber das hat doch... Hallo. Das weiß ich nicht, was sollst du... Hast du... Wo kommst du her? Ich. Ich weiß nicht, raus aus der Stadt. Und da hinten ist so ein großer Berg, da ganz da hinten. Und da oben ist so ein kleines Loch, aus dem komme ich raus. Du bist ein Unterirdischer. Ne, ich bin Oberirdischer. Oberirdischer? Ja. Ich bin auf dem Berg drauf. Nicht unterm Berg, auf dem Berg. Aber wenn du in einem Loch wohnst, dann bist du doch... Kehrst du zu dem Barhof. Was ist das? Da hat es doch ein Loch und es nennt sich Barhof. Ah, das haben die mir vorhin erzählt. Genau. Ja. Wenn du gerade nur so mitkriegst. Bevor das mit der ganzen Musik los da ging, da wo sie auf einmal von überall gekommen sind. Wann sind wir euch begegnet? Ja, vorher. Da ist du nicht lange da, gell? Ne, bestimmt nicht. Ich verstand nicht, was du nicht verstehst. Das alles hier irgendwie, das ist... Ich komme hierher und da ist was Großes und hier und da ist irgendwas anderes mit dem Boden und alles ist durchsichtig und doch auch irgendwie nicht und ja... Ich komme auch nicht immer mit. Oder? Kommst du mit? Ne. Sind wir schon zu dritt? Boah, ja. Das sind wir dann. Was machen wir jetzt? Ja, ich weiß, wir können auch dieben gerne auch weiterlaufen, ich weiß ja nicht. Bleibt nur da, wir müssen dir noch Verschiedenes beibringen. Das habe ich schon gemerkt. Echt? Ja, was denn? Mit dem Geld hast du nicht durchgeblickt. Ne, das... Noch nicht ganz, nein. Nicht. Nein. Und was habt ihr in eurem Leben früher gemacht, bevor ihr jetzt hier neben mir seid? Wenn ihr mich schon so ausfragt? Ja, also... Ich bete schon immer. Ah. Weißt du, guck mal, da kriegt man mal, aber dazu kriegt man mal richtig einen Euro. Oh. Das ist aber... Dann kann man wirklich, wenn man noch ein bisschen was hat... Und damit kann man dann... Da kannst du in den Laden gehen und dann kriegst du ein Brezel. Hast du es von deinem Vorgesetzten bekommen? Nein. Wenn ich kein Geld habe, dann gehe ich auf die Straße. Ah, okay. Und frage, ob mir jemand etwas da rein tut. Kann ich auf der Straße auch anders mein Geld verdienen? Ja, zum Beispiel mit Straßenmusik. Ja. Okay. Ja, ich habe früher Musik gemacht. Auf der Straße Stuttgart. Ja, klasse. Hallo. Das habe ich gerade gehört. Sie haben früher Musik gemacht. Genau. Echt? Sie, habt mir das gerade gekauft. Na, das ist eine tolle Bassklarinette. Oh ja, täten Sie mir da was drauf vorspielen? Mal selbst noch gut. Oh ja, das tut bestimmt. Wie macht man das? Könntet Sie mir da helfen oder helfe ich Ihnen? Wartet Sie mal. Wartet Sie mal. Das geht so. Und was war das jetzt? Das ist ja irgendein Episode, wo man mal bespielen kann. Das tut jetzt eine gleiche Tote oder so. Was ist das so? Ist das so richtig fremd? Also. Also. Jetzt geht es mal. Das ist laut. Das ist laut. Sagt mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sagt mir, wo die Blumen sind. 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 Was ist geschehen? Sagt, wo die Soldaten sind. Über Gräber, Meter, Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sagt mir, wo die Gräber sind. Blumen blüht im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Ja, nur zu. Gibt es ja nicht aufhalten. Nein, müssen wir nicht aufhalten. Naja, aber vielen Dank nochmal, dass Sie das gemacht haben. Ja, gerne. Was machst du denn hier? Das sind komische Leute. So, was heißt denn komisch? Was soll das? Komisch. Das ist kein alter Scheiß. Aber was ist das? Das ist kein alter Scheiß. Das ist eine, was haben Sie nochmal gesagt? Bass-Klarinette. Bass-Klarinette. Eben, das haben wir gekauft. Und wo kommst du her? Ich habe mir auch ein paar Sachen gekauft. Oh Gott, das will er, du echte. Wahrscheinlich wieder Schuhe. Genau, hier. Oh, die Regele waren immer voll. Nein. Noch ein paar Schuhe? Nein, 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 nein. Ich fühle es gar nicht sehen. Ich fühle es gar nicht sehen. Echt. Ja, und jetzt? Ja. Du hast mich volle Taschen, oder was? Genau, ich musste mir ja irgendwie die Zeit vertreiben. Die Zeit vertreiben? Nachdem ich auf dich gewartet habe. Ich habe mich gewartet. Am Kino? Am Kino? Ah. Ja. Am Kino. Stimmt, da war was. Ja. Ja, da war was. Lag heute Morgen auf dem Tisch. Genau, da habe ich die hingelegt, damit du die mitbringst. Da hast du die hingelegt, dass ich die mitbringe. Mhm, sehr nett. Mhm. Und? Titel? Von denen, ich habe die keine Gläser. Die Knochenkracker. Horror. Ja, das ist ein spannender Film. Ich habe dir doch davon erzählt. Spannender Film, sagt sie zu mir. Ein spannender Film. Das haben wir gar nicht ausgemacht. Du bestimmst schon wieder Knochenkracker oder Knochenbrecher. Ich wollte in das Drama am offenen Fenster tun. Ja, aber ich habe dir doch davon erzählt, dass ich da in den Kinofilm gehen möchte. Da hat sie mir davon erzählt. Und wir haben doch besprochen, dass wir ins Kino gehen. Und dann habe ich die Karten gekauft und da hingelegt. Und wir hatten abgemacht, dass wir uns treffen. Ja. Und du bist nicht gekommen. Ja. Ja. Wegen dem, wegen den Knochen. Das kann ich nicht. Und jetzt, wie spät ist denn jetzt? Ja, jetzt ist viel zu spät. Ja, und dann? Was machen wir jetzt? Ja, von mir raus, dann gemalt nicht ins Kino. Ja, und jetzt lässt du mich hier einfach mit den Leuten da stehen. Was ist jetzt hier passiert? Wir waren doch gerade alle am und an und auf einmal. Ja, das war Streit zwischen Mutter und Tochter. Sogenannter Generationenkonflikt. Was für ein Konflikt? Generationenkonflikt. Was ist das? Wir gehen streiten miteinander. Ah, das kenne ich. Streit kenne ich. Oh. Die ist schon wieder. Oh, was für ein Duft. Chanel Nummer 5, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Aber warte, Schatz. Du schnupperst schon wieder nach anderen Frauen. Aber, Schatzi, ich wollte doch nur, ich habe doch nur, ich habe doch nur geschnüffelt. Ich habe doch warten können, bis ich weg bin. Aber, Schatzi, aber ich... Nee, aber jetzt bin ich sowieso weg. Nein, warte. Rutsch mir den Buckel runter. Warte, Liebling, warte, komm zurück. Verdammt. Ach, was sollst du jetzt... Oh, dieser Duft. Jetzt. Hi. 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 Tja, hey, wissen Sie, ich weiß, Sie sind ein bisschen älter, aber haben Sie vielleicht TikTok? Nein. Nein. In Stockholm? Nein. Na ja. Ähm, egal, ich würde gerne wissen, wie Sie heißen. Na, das geht Sie gar nichts an. Oh Mann. Du merkst doch, dass er kein Interesse hat. Komm doch zu mir. Oh, machen Sie sich doch vom Acker. Komm doch zu mir. Was? Ja. Ja. Brauchen Sie doch Aksi-Schnäpfe. Komm doch zu mir. Sei doch nicht so... Was ist zu mir? Ja, zu mir. Ganz ehrlich, wirklich. Wollen Sie sich deine Freundin? Ja, wahr. Oh. Jetzt nicht mehr. Aber ganz ehrlich, du hast keine Moral, das ist total schlecht, oder? Moral, was ist das? Ja, komm doch ganz ehrlich, sag mal. Oh, so ein Scheiß, wirklich. Oh, so ein Scheiß. Ach, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Was soll's? Das wird ja immer komplizierter. Ja. Mann und Frau, wenn man das einmal anfängt, das ist... Naja. Warum habt ihr jetzt weitergemacht? Also, es war jetzt so. Sie kam jetzt zurück. Ja. Ich habe ihr tolles Parfum gerochen, womit sie sich wahrscheinlich für mich eingedieselt hat, auch wenn sie es nicht zugeben würde. Was ist das Parfum? Und sei Freundin ist der Vogel. Genau, die fand das nämlich nicht so nett, nicht so lustig. Und dann hat sie, hat sie ja dich noch angemacht, weiter, immer weiter, obwohl du es nicht wolltest. Genau. Und ich habe sie dann angemacht, was sie wiederum nicht wollte, weil sie gesagt hat, ich hätte keine Moral, denn sie würde niemals was mit einem wie mir anfangen. Ja. Ja, das sind halt so die Sachen zwischen Mann und Frau. Ja. Zwei Männer, eine Frau geht schief. Zwei Frauen, ein Mann geht auch schief. Ja. Das nennt man dann Eifersucht. Und warum macht man das dann? Ja. Gute Frage. Das kann dir vielleicht unser Kumpel beantworten, der... Wo ist er denn? Ja, also vielleicht kann man das einfach auch in Musikform irgendwie umsetzen. Da wurden auch gute Lieder drüber geschrieben, weil ich gehe davon aus, auch in deiner Zeit gab es schon die gleichen Konflikte wie heute und bestimmt habt ihr auch schon darüber gesungen und es gab einen Sänger, der hat das auch vertont. Okay. 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 We're calling a try When I can't walk out Because I love you too much, baby Why can't you see What you're doing to me When you don't believe a word I'm saying We can go wrong together With suspicious minds And we can build our dreams With suspicious minds So with an old friend I know Stopped by to say hello Would you still believe a word I'm saying Here we go again Asking where I've been Can't you see those tears are real that I'm crying We can't go wrong together With suspicious minds And we can't build our dreams On suspicious minds Oh, let our love survive I try those tears from your eyes Let's don't let a good thing die But honey, you know that I would never die to you, baby We're caught in a trap And I can't walk out Because I love you too much, baby Don't you know Why can't you see What you're doing to me When you don't believe a word that I'm saying Don't you know Don't you know I'm caught in a trap And I can't walk out Because I love you too much, baby Oh, one last time So wurde das damals schon besungen Zu unserer Zeit, damals für dich Ganz neu, ne? Hammer! So ist das Mikrofon Dankeschön Und das ist unsere Spitzenband Mit Steffen Dix am Saxophon Am Schlagzeug Unsere Lisa Am Schlagwerk Max Am E-Piano Marvin Und am Bass Wolfgang Schmid Und Louis Baltes Vielen Dank Applaus Hallo 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 1, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Und jetzt gehen wir in den Club. Jo, jetzt gehen wir feiern. Was ist ein Club? Ja, da trinkt man. Disco. Da tanzt man. Okay. Man lernt Leute kennen. Genau. Hört sich gut an. Dann gehen wir doch einfach mal rein, oder? Ja. Jo, vayamos, compañeros. Und das hier ist ein Club also? Genau. Genau. Der hat aber viele Sonnen oben im Himmel. Das sind Sterne. Das sind Disco-Lichter, die leuchten für die Atmosphäre, damit man... Warum erkläre ich das eigentlich? Ich bin doch blind. Das ist ein Sprutz. Warum red ich da die ganze Zeit? Ein Sprutz. Ja. Für die Stimmung. Genau. Für die Stimmung, okay. Und die ganzen... Entschuldigung. Was machen die? Mann, du echt. Hat es jetzt wieder braucht, heute Abend. Wird man so immer begrüßt? Einen Stinkbübel, du echt. Ja, sei doch mal nicht so. Der ist neu, der kommt von dem Berg, das ist der Mann vom Berg, keine Ahnung, wie er heißt, aber... Ja, so riecht er auch. Ja, komm. Jetzt seid ihr mal ein bisschen toleranter. Ich war vor drei Tagen doch erst im Regen. Was war? Vor drei Tagen hat es geregnet, da. Was hat mit dem Regen zu tun? Ja, aber jetzt... Sich drunter stellen und den Dreck hier wegmachen. Also ihr wollt jetzt ja nicht, wie sie sich waschen da ist. Ihr habt dafür ein... Regen. Eine Dusche wollte er eigentlich sagen, glaube ich. Eine was? Eine Dusche. Was ist das? Wissen Sie, was? Komm jetzt mal her. Komm jetzt jetzt mal her. Und dann? Ich halte es nämlich. Mach den Arm hoch. Was machen Sie denn da? Ich glaube, das ist Verschwendung. Nein, nein, nein. Pass auf. Der geht doch jetzt eh in den Club. Da schwitzen doch eh alle. Den wirst du gar nicht riechen. Äh, jetzt... Äh, 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 was ist das? Ja, boah, das fragt mich gerade auch. Alter Schwede, guck. So was mögt ihr? Also so was nicht. Kann nicht alle. So was nicht, nicht in der Intensität, Alter. Jetzt mach es besser. Aber das wirkt doch nicht auf Dauer. Naja. Das ist Regenwasser besser. Alter Schwede. Aber immer noch besser wie vorher. Wie vorher nach Schweiß und Gestank da. Ja, aber der Gestank kommt doch nachher wieder zurück. Vermischt mit diesem Geruch. Der muss halt zwischen einmal duschen. Geil, Teifel. Was muss ich? Duschen. Das kennt er doch nicht. Das hast du doch gehört, der Meisterwasser. Das wird in den Regen raus. Was ist das, eine Dusche? Das ist eine Regen aus der Wand. Ja, genau. Da hast du einen Zugang zum Wasserleitungssystem, zur Kanalisation. Und da kommt dann Wasser raus. Genau. Aus der Wand. Und wie kriege ich das bei mir in den Berg rein? Ja, da musst du jemanden, jemand muss das bei dir anschließen. Da musst du dir einen Kämpfer rufen. Was ist eine Leitung? Ein Rohr. Wir sind wach im Rohr. Genau. Und der läuft dann bis zu dir in den Berg, in deine Dusche. Ah, nee, mein Gott, was heißt der eigentlich? Gar nichts. Ja, das fehlt. Aber, ja, wir wollen... Der kommt hier vom Mond. Und haben wir ihn auf die Aufgabe? Wo? Aus der Stadt so ein bisschen. Wir haben ihn in Stuttgart aufgegriffen. Wir lassen doch ja jeden rein. Du bist ja auch da. Na, na. Das ist nicht so angenehm. Na. Das ist nicht so angenehm. Na, jetzt aber kein Streit. Kein Streit. Kein Streit. Wo ist das? Streit hatten wir heute schon des Öfteren, habe ich jetzt gelernt. Ja. Wir wollen die Stadt kennenlernen. Ja, und dann haben die zwei mich hier mit reingenommen und ich gucke mir das gerade an. Ich finde es sehr interessant hier, eigentlich. So, im Großen und Ganzen so. Ich habe mich jetzt aber schon, seit ich hier drinnen bin, gefragt, was sind diese ganzen großen Dinger in den Ecken hier überall? Ja, die, was da unten drauf sind, oben in den Ecken drauf und... Das sind Lautsprecher. Was? Lautsprecher. Boxen, da kommt aus der Disco, kommt da die Musik raus. Von da? Nee, von da oben, klar von da. Nee. Von deinem Berg kommt keine Musik, von da kommt da Musik. Ah. Ich glaube, der wird nur vom Mond. Der hört bloß Heidi. Sie werden doch... Lieber Gott, was habe ich das verbrochen? Das ist ein Mikro... Mikrofone. Was kann ich damit? Singen, was ansagen. Von mir aus auch nein. Jetzt mach es halt noch he. Komm, mach es he. Das ist ja ruhig. Dann haben wir unsere Bescherung. So. Ganz schön, ich bin ruhig, da war nie ein Kabel dran. Das ist ohne Kabel. Was ist denn ein Kabel? Eine Schnur. Eine Schnur, wo man früher da rein gemacht hat. Aber heute haben wir es jetzt so. Da muss ich einfach jetzt reinsprechen. Hallo. Jetzt andersrum machen. Andersrum. Oh. Aber jetzt, bitte, jetzt gemächt. Hallo. Alter Schwede. Ich brauche mein Gehör noch. Meine Fresse. Sie können es nicht mehr normal sein. Was tut Ihnen eigentlich weh? Ja, ich brauche was auseinander. Dann ist es ganz kaputt. Ein interessantes Teil. Ja, gell. Sehr interessant. Aber nicht so laut, bitte. Nein, ich nicht. Ja, ich lache. Ich mag, ich mag das, das Teil. Ja, dann kannst du das. Dieses Mikrofon. 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 Das ist cool. Du bist ja auch verständiger mit dir. Nee, nö. Das ist... Das ist aber neu. Zum Großteil, ja. Die meiste Zeit, ja. Die letzten Jahre, ja. Die letzten Jahrzehnte. Jahrzehnte? Ja. Und was wollen Sie nur, außer... Wie bitte kommen Sie? Eigentlich bin ich gerade nicht so rumgucken, weil für mich ist alles neu im Ende. Aber du hättest Hunger? Boah, sowas brauche ich dich für meinen Berg. Was ist das? Ein Rollstuhl. Was ist das? Ein Rollstuhl. Boah, da komme ich ja problemlos runter. Für was brauchst du diesen Rollstuhl? Ich kann mich bewegen. Warum? Ich kann nicht laufen. Oh, wieso? Von Geburt an. Aber der hilft dir dabei? Ja. Voll gut. Gefällt mir auch. Ich kann, dass Sie den auch lieber laufen, als ich wieder drin hocke. Ja, das glaube ich. Kommt mal auf guten Berg hoch. Warum? Alleine nicht. Wieso? Da muss jemand schieben. Schieben? Ja. Okay. Und warum? Weil sie sonst rückwärts runterrollen würde. Und rückwärts hoch? Ja. Geht auch nicht. Ja, rückwärts hoch geht. Vielleicht. Vielleicht? Aha. Ja. Wie Ute. Ja. Geht. Naja. Damit kommt man überall hin. Ja. Bis auf die S-Bahne. Bis in die S-Bahne. Was ist eine S-Bahne? Die scheiß S-Bahne haben keine gescheite Rampe. Was ist eine S-Bahne und was ist eine Rampe? Eine S-Bahne ist ein Zug, wenn Sie das verstehen. Eine Rampe? Ein Personenförderungsfahrzeug bringt sich von A nach B. Ja, der Kutche. Dankeschön. Nur ohne Pferde. Und wie fährt das dann? Auf Schienen. Was sind Schienen? Sag mal, was weiß der überhaupt? Nichts. Nichts. Und dann die blöden Aufzüge. Ja. Gell? Ja. Was sind Aufzüge? Sind wir in Esslinge aussteigen? Und der Schaffner hat noch von Klochingen gezogen. Der Aufzug ist kaputt gewesen. Nun hat uns der Schaffner wieder mit der Eisbahn nach Klochingen geschickt. Dass man mit dem Bus nach Esslinge will. Und was war jetzt ein Aufzug? Mann, das war jetzt auch nicht auf. Also ein Fahrstuhl ist ein Kreis, wo man als Rollstuhlfahrer reinfährt. Und der fährt entweder hoch oder runter. Und je nachdem, ob man auch nur Knöpfe gedrückt hat. Da fährt er entweder hoch oder runter. Dann darf sie aber mit dem Aufzug nicht fahren. Warum nicht? Weil sie hat Stöcke. Sie kann aber nicht schlecht laufen. So ist. Jetzt wird sie keine Stöcke. Wieso schlecht laufen? Ja. Weil ich nicht so gut laufen kann. Weil ich nicht so ein gutes Gleichgewicht habe. Oh. Mit dem Stöcken kann ich besser laufen. Wie? Das ist aber gut. Hilfreich. So etwas zu haben. Hast du auch sowas? Nee. Warum? Weil. Würdest du sowas nicht haben? Nicht? Wie? Treppen? Was? Was hat sie gerade gesagt? Hilfe? Ja. Wie? Hilfe? Ja, genau. Sie hat es gesagt schon. Wir brauchen beide über Treppenlaufengeländer zum Festhalten. Was ist ein Geländer? Na, es ist an der Treppeltrande an der Seite. Ja. An der Seite. Ja. Oder da. Oder zwei vielleicht auch. Und was können diese Geländer? Da kann man sich dran festhalten. Dann kann man besser Treppenlaufen. Oh, Madonna. Na klar. Ah. Die Treppe ist nicht schlecht. Was ist eine Treppe? Die Treppe ist zum Hochlaufen und Runterlaufen. Ohne Geländer geht es schlecht. Ah, also man braucht das immer zusammen, sonst funktioniert das nicht. Genau. Ach so. So ist das also bei euch. Aber ich sage trotzdem, das finde ich voll faszinierend, trotzdem noch voll glücklich dabei und trotzdem so positiv zu allem. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gell? Das Leben geht weiter. Positiv gedacht. Jawohl. Aber ich habe trotzdem mal ein Problem. Was? Wieso? Spassere Seite. Wenn ich vorhin arbeite, dann kommen die ganzen Steine raus und ich kehre und alles. Ich stolpere und alles. Dann möchte ich mir nicht sagen, Frau Hinz ist auch da, sei vor sich. Ich habe mich konzentriert einmal, irgendwann mal. Und das ist etwas Spassere Seite. Beim Blocken hin unten, glaube ich, durch und dann gehe ich auch kaputt. Pflastersteine und so. Aber die Petrassee oder Christelsee, egal wer ich sie, glaube ich miteinander, mit mir zusammen. Und das ist auch etwas gestolpert, natürlich, die Christen helfen uns. Jawohl. Und ich möchte noch sagen, dass alles kaputt ist. Also Pflastersteine und alles. Das ist echt unmöglich. Und mein letztes Wort heißt, das ist ein großer Scheißdreck. Okay. Das ist so. Okay, ich glaube, wenn es so ist, dann ist es so. Also wie schon gesagt, ich finde es sehr positiv, wie ihr alle hier drauf seid. Mir gefällt es ja. Ich würde am liebsten gerne hierbleiben. Was ist mit Ihnen? Sie sind jetzt der Einzige, der hier nicht gerade glücklich aussieht. Wollen Sie mit uns noch ein bisschen tanzen? Und feiern? Und oder was ist? Das ist ein gewisser anderer Grund. Was für ein Grund? Das kann ich ganz laut sagen. Danke. 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 Also. Also. Mir stört mich. Und danke, bist du auch. Ja, was? Biss auf. Der Bus ist kaputt. Rot und kaputt ist kaputt. Der Pfarrer merkt nicht, dass der Pusse kaputt ist und da ist, so. Jetzt kann ich raus, dass der Pusse kaputt ist und Schaden und kostet 4000 Euro. So, aber das ist nicht alles, ja? Der nächste Schritt, der Pfarrer war schon sauer, will nur umsteigen, der Ersatz von der Pusse kaputt ist. Der Pfarrer ist der Pfarrer, der Pfarrer ist der Pfarrer, der Pfarrer ist der Pfarrer. Aber, jetzt können Sie Angst entnehmen, warum ich nicht sauer bin. Dann können Sie nicht sagen, warum. So, also, liebe Leute, und ich bin jetzt nicht sauer. Die Pfarrer ist stinkt sauer. Und ich sage mir so, die Pfarrer ist sofort aufhören. Was der Scheiße hier liegt, wird sofort beendet. Und was der Wolfgang angeht, von dem Putin, der muss Deutschland schlau sein. Doch, das ist ja mein Antwort. Folgendes, dieser Vertrag muss lösen. Und Deutschland, so darf, muss der bereit sein, die Red sagen und gewinnen. Danke. Okay. Das ist sehr heftig, sehr, sehr. Ja. Aber, ihr seid trotzdem alle froh und glücklich. Und ich finde es so schön, hier bei euch zu sein. Ja, aber wir hätten Vorschlag. Was? Dass wir wieder mal wer Stimmung hier reinkriegt. Machen wir wieder Musik. Musik, bitte. Oh ja. Genau. Aber bevor wir mit der Musik anfangen, habe ich noch ein Geschenk für euch. Ihr habt mir jetzt so viel gegeben und auch so viel gezeigt. Und jetzt würde ich euch auch gerne was zeigen und etwas zurückgeben. Mein kleiner Bergtanz. Wie hab ich mir vor euch. Was? 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 Frau H something? Was? 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 Musik 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 Ja, jetzt sind wir alle fröhlich, oder? Ja, selbstverständlich. Musik Musik Oh, happy day, oh, happy day. Oh, happy day, oh, happy day, when Jesus washed, when washed my sins away, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. When Jesus washed, 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 he washed my sins away, oh, happy day, he washed my sins away. Happy Day 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 Happy Day